Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Das letzte Video hier bei mir aus meinem neuen Garten war tatsächlich im Dezember. Das ist jetzt schon über zwei Monate her, deswegen gibt es heute mal wieder einen Gartenrundgang und zwar den Gartenrundgang Ende Februar. Es ist viel los, wir hatten einen Riesensturm, weitere kleine Notfälle hier im Garten. Wir haben ein Fundament für die Gartenhütte gebaut, im Gewächshaus ist so viel passiert und wir haben Pferdemiss geholt und und und. Und heute sehr viel in diesem Video, endlich mal wieder ein Gartenvideo, so schön, dass mir sogar die Sonne aus dem Gesicht scheint. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Fangen wir direkt hier in der Streuobstwiese an und zwar müssen wir hier neue Obstbäume bestellen, denn wir haben ein kleines Problem. Und zwar wurden unsere besten Obstbäume von den Hasen hier leider angefressen. Ich zeige euch das Ganze mal in der Nahaufnahme, die werden leider absterben. Da müssen wir neue Obstbäume bestellen und das nehmen wir gleich zum Anlass, einen großen, wie wir das beim Saatgut auch gemacht haben, Livestream zu machen und dort gemeinsam neue Obstbäume zu bestellen. Wir werden 500 bis 800 Euro ausgeben für neue Obstbäume und ja, schauen wir uns erstmal hier die kleinen Schäden an. Ja, ich zeige euch hier mal zwei Exemplare. Auf der Kamera kommt es natürlich nicht so schlimm drüber, wie es eigentlich in Wirklichkeit ist und das finden wir echt schade. Viele Hasen sitzen hier nachts auf der Wiese und fressen uns die Obstbäume ab. Wir sind natürlich auch doof, wir haben hier keinen Schutz drum, keinen Kanickeldraht, keinen Kalkanstrich, nichts. Der Zaun ist auch nicht richtig zu, sodass Hasen da auf jeden Fall drunter her können. Das ist unsere eigene Schuld, das werden wir jetzt bei den neuen Obstbäumen sicher anders machen. Aber wir können ja auch nochmal weitergehen, denn das sieht sich hier leider Gottes durch alle Obstbäume. Ein paar haben die zum Glück nicht angeknabbert, aber es sind echt schon viele dabei. Der schlimmste, der ist hier direkt vorne im Garten, das ist ein Apfelbaum. Apfelbäume mögen die scheinbar besonders gut, das ist nämlich Apfel, ich glaube Elster. Und ja, so viel zu Obstbaumwiese, sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Und ja, zum Glück, die besten Sachen wie Zwetschge, Pfirsich und so wurden nicht angefressen. Da sieht man das zum Beispiel hier auch bei der Mirabelle, einmalige Fraschspur, war wahrscheinlich für den Hase nicht interessant. Die werden sich wahrscheinlich was anderes gesucht haben. Genauso hier, ich weiß leider nicht, was es ist, aber leider auch komplett abgefressen, sodass die Hälfte der Obstbäume leider Gottes hier wieder raus muss. Und wir werden, wir haben ja hier noch ein bisschen Platz, seht ihr, unsere Sträubwiese auf jeden Fall vergrößern. Und wenn wir hier mal über den Zaun drüber steigen, sehen wir hiervor schon Frühlingsblüher, die wir im Herbst gepflanzt haben beim Umbautag. Ja, und was sehen wir hier? Das Fundament für unser Gartenhaus ist 3x4 Meter, so in etwa. Unser Gartenhaus ist 2,5x2,5 Meter. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr hier gepflastert, als wir nicht brauchen. Die Waschbetonplatten hier sind 50x50 Zentimeter und wir haben das mit meinem Nachbarn zusammen gemacht. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Der hat im Straßenbau gearbeitet und wir haben hier 1,5 Kubik weißen Sand drunter. Das Ganze ist ziemlich stabil, wir können hier drauf gehen. Das ist super gerade und dient so natürlich super als Fundament für unser Gartenhaus, was wir übrigens jetzt in der nächsten Zeit bauen werden. Und da kommt dann natürlich auch ein Video zu, also freut euch drauf. Und wenn ich mir das hier so angucke, guckt mal, der Frühling, der kommt ganz bestimmt. Heute bei Aufnahme dieses Videos haben wir endlich mal wieder 12 Grad. Jetzt nach dem Sturm tut das natürlich echt gut und wir haben das erste Mal 10 Stunden Sonnenschein an einem Tag diesen Jahres. Das ist gefühlt so wie ein Viertel vom Januar, was wir hier heute an Sonnenstunden haben. Und es fühlt sich echt gut an nach dem Sturm. Denn wir werden uns jetzt mal um die Sturmschäden kümmern, da zeige ich euch mal, was da passiert ist. Und ich sage schon mal, es ist nicht schön, wir hatten wieder viele schlechte Momente hier im Garten. Wir haben uns das angeguckt, gedacht, das kann nicht wahr sein. Neben den Fraschspuren, da an den Obstbäumen, ist das die nächste große Baustelle. Aber wir geben natürlich nicht auf, haben direkt eine neue Glasscheibe fürs Gewächshaus bestellt. Haben uns Silikon gekauft, dass wir die Hohlkammerstegplatten einkleben können. Und ich würde sagen, da gehen wir mal als erstes hin. Und ich zeige euch das mal aus der Nahaufnahme. Denn bei dem Gewächshaus ist uns leider alles rausgeflogen, was drin war. Und deshalb werden wir es einsilikonieren. Die Scheiben. Beim schlimmen Sturm würden die dann rausbrechen. Aber immer noch besser, als wenn ich die hier auf 3.000, 4.000 Quadratmeter wieder einsammeln kann. Schon komisch, nach langer Zeit auch mal wieder aus dieser Kameraperspektive. Bei den Anzuchtvideos im Keller, da haben wir immer viel vorkommentiert. Beziehungsweise nachkommentiert heißt es ja. Wir haben Aufnahmen vorgedreht und das dann am PC nachkommentiert. Hört sich nicht ganz so cool an. Keine Gartengeräusche. Hier, man hört es ja im Hintergrund auch ein bisschen Vögelgezwitscher. Und das ist natürlich deutlich besser. Wir freuen uns jetzt, dass das Wetter besser ist. Denn dann können wir natürlich auch wieder in den Garten und filmen. Und ich zeige euch mal, was wir hier alles so in der letzten Zeit geschafft haben. Hier haben wir, als wir gepflastert haben, auch gleich einen kleinen Übergang von Folientuddel ins Gewächshaus gemacht. Hier seht ihr schon, in dem Gewächshaus ist wirklich fast alles rausgeflogen, was drin war. Wir haben ja gerade unsere Geräte noch drin, bis wir da vorne, beziehungsweise dahin muss man ja sagen, unser Gartenhaus gebaut haben. Dann wird da alles reinkommen. Und wir schauen mal in den Folientunnel. Die Folie haben wir übrigens auch neu. Ja, schön, dass natürlich direkt die Naht aufgeplatzt ist. Man sieht das hier nicht ganz. Wir können ja mal von innen gucken. Hier liegen gerade zur Sicherheit die Gewächshausscheiben drin. Und das ist verdammt krass, aber es ist draußen 12 Grad. Und hier im Gewächshaus ist es schon 20, 25 Grad. Ja, unglaublich cool im Folientunnel. Ich würde am liebsten schon meinen Pullover ausziehen, weil es so warm ist. Aber hier müssen wir leider doch noch ein bisschen warten mit der Anzucht. Ich denke mal so in einem Monat, Ende März, wird es dann spätestens hier im Folientunnel mit den Aussaaten losgehen. Haben wir letztes Jahr beim alten Garten auch noch so gemacht. Jetzt haben wir die neue Folie drauf. Ist natürlich schade, dass sie direkt durch den Wind aufgeplatzt ist. Wir hatten den krassesten Sturm hier. Habt ihr vielleicht auch bei euch im Garten gemerkt. Sehr viel Wind. Und leider ist dadurch dann am Ende, wo wir jetzt gerade waren, die Folie nach außen gedrückt worden. Und da die Nummer auf Spannung ist, musste die Luft irgendwo entweichen. Und die Folie ist an der Naht aufgeplatzt. Was natürlich echt schade ist, denn jetzt haben wir hier mit Panzerband alles provisorisch oder auch langfristig zugemacht. Wir wissen es noch nicht, haben keine andere Möglichkeit gefunden, weil im Sturm mussten wir es schnell zumachen. Bevor uns die ganze Folie hier abhebt, haben wir das dann gemacht. Und ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Wenn wir hier mal ein bisschen runter schauen, da sehen wir das. Jetzt hier an der Naht ist es aufgeplatzt, die Folie. Und das mussten wir leider zusammenkleben. Da sieht man auch noch so ein bisschen, wir hatten die Folie wirklich gespannt. Jetzt ist die voll nach außen gedrückt. Ja, und das sind die ganzen Platten, die rausgeflogen sind. Unglaublich. Ja, in der letzten Zeit habe ich euch ja nicht wirklich viel mit der Kamera mit in den Garten genommen. Ich weiß nicht, im Winter fehlt mir da immer so ein bisschen die Motivation. Aber ihr seht schon, wir haben den Folientunnel schon mal innen drin ein bisschen fertig gemacht. Wir haben schon umgegraben. Folie ist drauf im Glasgewächshaus. Und in dem Gewächshaus haben wir noch viele Geräte stehen. Aber die kommen bald in den Garten, ins Gartenhaus. Und dann können wir eigentlich mit den Obstbäumenpflanzen weiter fortfahren. Dann wird das Beet gefräst. Und dann ist eigentlich auch schon so, dass ich sagen würde, wir können die Gartensaison starten. Ja, und viele haben es mir immer schon gesagt, ich soll mal mit Pferdemist düngen. Das ist ja, man nennt es ja auch das Gartengold. Und deswegen habe ich mich letztes Wochenende aufgemacht. Und mit Niklas zusammen vier Hänger voll Pferdemist geholt. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie der aussieht. Der kommt jetzt nämlich in die Hochbeete und wird vom Fräsen auch noch auf den Gemüsebeeten hier hinter mir verteilt. Und dann haben wir auf jeden Fall eine super Grunddüngung. Ja, zusammen mit meinem Vater bin ich jetzt hier beim Pferdemist. Hier, das ist unsere neue Schubkarre. Und jetzt kommt hier der Pferdemist in die Hochbeete. Wir haben ja insgesamt 16 Stück. Da wollen wir 16 verschiedene Kulturen in Hochbeeten anbauen. Bin ich mal sehr gespannt drauf in diesem Jahr. Und jetzt kommt hier pures Gartengold rein. Ich wurde schon öfter gefragt, ist der abgelagert? Ja, wie man hier sehen kann, ist der schon eine Weile abgelagert. Mancher mehr, mancher weniger, weil die natürlich immer draufgeladen haben. Und wir haben hier, das sieht man auch oben auf dem Pferdemisthaufen, verschiedenste Lagen. Hier oben ist auch noch viel Heu mit durch. Und ja, mal mehr zersetzt, mal weniger. Das frische oben haben wir natürlich auch mitgenommen vom Misthaufen. Und insgesamt sind das hier vier große Autohanhänger voll. Diese Hügel, die wir hier abgeschoben haben, das ist ja quasi der Sand vom Gemüsebeet. Haben wir ja mit dem Radlader abgeschoben. Diesen großen Hügel hier, der ist zwei Meter hoch und ungefähr zehn Meter lang. Den werden wir mit Kapuzinerkresse und anderen rankenden Pflanzen bepflanzen, sodass dieser dann auch sehr schön aussieht. Ja, Hügelbepflanzung, vielleicht auch noch ein Kürbis und so weiter. Bin ich doch sehr gespannt drauf. So, nachdem wir jetzt hier die Pferdeäpfel reingetan haben, kommt jetzt hier noch Sand obendrauf und dann sind die Hochbeete fertig. So, es kommt jetzt überall noch eine schöne Schicht Sand drauf auf die Pferdeäpfel. Und dann haben wir heute schon wieder ordentlich was geschafft. Im Hintergrund von mir, da seht ihr gerade die Sonne untergehen und jetzt wird es auch schon wieder echt frisch. Wir haben immerhin noch Februar. Ja, damit habe ich euch mit diesem Video so ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht, was gerade hier so in meinem Garten Sache ist. Ich stehe jetzt hier gerade noch im Gemüsebeet. Das wird jetzt als nächstes gefräst und wir werden auch noch den Zaun heile machen. Hochbeete sind fast alle jetzt fertig befüllt. Das machen wir heute aber auf jeden Fall noch fertig. Ein bisschen Sand reinkippen ist, glaube ich, aber nicht so spannend, dass ich das für euch noch mit der Kamera begleiten muss. Und jetzt schauen wir uns noch mal eine Sache beim Glasgewächshaus an und damit beende ich dann dieses Video. Hier sieht man noch ein paar restliche Glasscheiben. Wir haben schon das meiste zusammengekehrt. Und hier ist uns die Fensterscheibe rausgebrochen. Die Tür ist auch rausgefallen. Darauf ist übrigens die Fensterscheibe gefallen. Deshalb ist sie zersprungen. Die ist auf diesen Rahmen hier geknallt. Und hier sind auch die Fenster raus. Deswegen haben wir die Tür jetzt noch repariert. Die kommt wieder rein. Und dann Sonntagabend, da werden wir live neue Obstbäume bestellen. Also wenn ihr dieses Video seht, am Sonntag, wo es online kommt, heute Abend, Sonntag, werden wir, ich glaube es ist der 27., um, sagen wir mal, 20.15 Uhr, neue Obstbäume bestellen. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Und das war es erstmal von diesem Video. Ich hoffe, ihr seid wieder auf dem aktuellen Stand hiermit. Und freut euch genauso wie ich auf die neue Gartensaison. Das Wetter wird besser. Ich stehe im Pullover, auch wenn es gerade echt kalt wird. Aber die Sonne scheint, der Sturm ist vorbei. Und jetzt geht es richtig auf die neue Gartensaison zu. Ich hoffe, ihr seid auch so fleißig bei den Aussaaten und so weiter. Und freue mich jetzt schon ankündigen zu können, das ist die erste Ankündigung überhaupt hier in diesem Jahr. Dass wir dieses Jahr wieder einen Jungpflanzenverkauf machen. Alles weitere folgt, aber wir werden dieses Jahr auch wieder für den Jungpflanzenverkauf vorziehen. Falls ihr euch schon wundert, warum wir so viel vorziehen. Ja, wir machen auch hier im Neuen Garten einen Jungpflanzenverkauf. Nicht mehr fürs Tierheim, aber trotzdem für einen guten Zweck. Und für uns weitere Infos folgen. Also, bis demnächst. Abonniert mich gerne kostenlos, um nichts zu verpassen. Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.